hey leute schön dass ihr eingeschaltet habt willkommen zu einem neuen video heute mal kein gameplay video sondern einfach nur mal was zum schauen ich möchte euch die lightnovell serie spice and wolf vorstellen und ja erstmal vorab ich habe überhaupt keine ahnung von anime manga und so weiter also wenn ich irgendwie müll erzähle oder so dann schreibt einfach unter die kommentare wenn ihr da wirklich ahnung von habt das gibt es jetzt auch also schon längere zeit als flat serie und 2018 gab es eine kickstarter kampagne zu und die wurde echt erfolgreich abgeschlossen und ja jetzt war es soweit im am dritten juni ist das auf vr entschieden und ja gibt es jetzt für schau mal ganz kurz nach oder wir wechseln einfach mal die seite so sind wir auf der steam seite können auch direkt mal hier das intro video laufen lassen 20 99 kostet im steamshop oculus kostet das 24,99 ich konnte jetzt leider nicht nachschauen ob es auch für die quest verfügbar ist weil ich irgendwie in den store von der quest nicht reinkommen weil ich selber keine habe ich dachte das könnte ich irgendwie über im browser machen habe ich aber jetzt oft auf anhieb nicht gefunden aber ich vermute ja mal dass das schon auch als quest version verfügbar sein wird also rift es wird unterstützt dann haben wir hier die walf index wird sogar unterstützt hat sich von oculus rift also ja auf die index müssen noch warten bis wir das darauf mal genießen können ja kleines kleines manko würde ich sagen ist dass wir ja keine deutsche untertitel haben wir haben keine deutsche sprachausgabe wir haben keine englische sprachausgabe wir haben nur englische untertitel und ja sprachausgabe ist japanisch und ich glaube man kann es sogar auf nee kann man gar nicht also hier steht es unten auch ein bisschen höher so also japanisch mit tonunterstützung alles andere halt nur untertitel außer deutsch schade echt schade dass die deutschland nicht mit reingenommen haben aber ist natürlich für japaner auch nicht so ganz einfach das ganze in deutsch zu übersetzen ich bin trotzdem froh dass der entwickler mir hier den kit zur verfügung gestellt habt ist nicht selbstverständlich ich habe nachgefragt weil ich das echt interessant fand vom ja mal einfach so eine serie in vr zu erleben fand ich echt interessant und ja die haben mir auf anhiebe auch einen key geschickt danke dafür an den entwickler und ja ich würde sagen wir gehen einfach mal jetzt in die serie rein ich werde mich nicht dabei aufnehmen ich werde auch nichts dabei sagen also ich möchte einfach nur dass ihr hier die die serie euch angucken könnt und ja ich werde natürlich trotzdem in vr das ganze gucken und ich hoffe ihr könnt dem ganzen dann auch gut folgen ich versuche auch nicht zu schnell irgendwie links und rechts zu schwenken und ja falls euch das ganze dann hier gefallen hat würde ich mich am ende natürlich über ein like freuen und ja falls ihr dann noch mehr sehen wollt schreibt gerne unter die kommentare dann mache ich da auch gerne noch mal ein video zu also das ist aufgeteilt in mehrere kapitel ich habe jetzt nur mal ganz kurz in kapitel 1 reingeschaut und würde sagen dass ich eventuell jetzt kapitel 1 eventuell noch kapitel 2 jetzt mit in dieses video packe und danach erst mal die aufnahme beende wenn euch das ganze gefallen hat und gesagt boah geil macht da bitte noch ein video zu dann mache ich da gerne noch ein video zu ansonsten würde ich das erstmal so belassen soll auch er dazu dienen dass ihr euch so einen kleinen einblick in das ja in diese anwendung verschaffen könnt und ja eventuell ist es dann was für euch oder auch nicht das müsst ihr dann entscheiden ich denke mir für alle anime fans ist das auf jeden fall was also sollte dann jeder reinschauen und ich weiß aber leider immer noch nicht wo der unterschied zwischen anime manga leidnovell novell und so weiter ist also die ganzen begriffe sagen mir jetzt nicht so wirklich was ich habe eben mal so ein bisschen drüber gelesen diese diese wolf ist auf jeden fall irgendeine heidnische göttin die sich in einem 15 jährigen mädchen körper irgendwie eingesetzt hat und ja man sieht aber dass sie halt nicht ganz normal ist sondern halt so ein bisschen wolfs ähnlich oder fuchs ähnliche züge hat sie hat einen schwanz hinten dran also so ein fuchs oder wolf schwanz und hat auch so ohren wie ein wolf also ja das ist halt mehr mehr die in die richtung fantasy und es sieht aber echt genial aus und ich fand es echt witzig ich würde sagen wir gehen jetzt mal einfach ins abenteuer rein und viel spaß ein bisschen Hör! Ich würde mich auf dem Weg zu sehen, wenn du über die Worte zu essen mögen will, und du hast mich hier für meinen Traum aufgelen. Oh, achat! Das ist aber auch anders! Wenn du dich sagen willst, dann ist das nicht so gut. Das ist das, was ich. Das ist so, was ich? Du hast mich nicht gedacht, aber es ist anders. Das ist so, was ich? Er hat mich gefragt, und er hat mich gefragt, und er hat mich gefragt, und er hat mich gefragt, dass ich das Gefühl habe. Was ist das? Oh, okay. Äh Das ist doch so. Ich bin jetzt mit mir so schwer zu sein, aber ich werde mich immer verrückt halten, so dass ich das valeur. Ich werde mich nicht so schwer. Ich bin als Sie. Ich bin als Sie, die Sie, die Sie nicht aufzuhren. Das ist das wirklich? Ah, das ist das wirklich. Das ist wirklich wirklich wirklich. Ja, Herrl. Das ist gut, oder? Wenn ich mein Gesicht von oben aufhörter, dann wird die Karte aufgewachsen. Ich bin auch froh, und ich bin ein eigenes Glück. Es ist alles ein Zeug, oder? Du hast es jetzt schon gemacht, oder? Ja, aber... Du hast es doch gesagt, Arilin. Das ist ja nicht, dass ich mich nicht so viel zu tun. Ich habe sicherlich nicht gesagt, dass ich nicht gesagt habe. Aber das ist das, was ich bin der Verwärter. Ich bin der Verwärter. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist ein Verständnis. Ühm. Das ist das? Hier ist es ein Verständnis, was ich mir daran erinnere. Ich habe hier eine Flussmaschine, die Flusschen-Proof-Sie, da ist es so gut, dass ich hier nur eine Flusschen-Profe für die Flusschen-Profe. Ich möchte jetzt hier eine Flusschen-Profe für den Flusschen-Profe, und dann können wir hier dann ein Flusschen-Profe. Das ist wahr, der Flusschen nicht so cool ist. Ich sage es nicht nur ein bisschen wie ein Flusschen-Profe. Ich habe schon ein Flusschen-Profeiert, aber es ist kundere. Ich werde es nicht zurückkehren. Das war's für heute. Gehenmei na Handan da. Wachter, Gehenloh Oroja! Na-ni-ga-ka-sikoi-han-da-n-ka-kai-vaka-lis! Hai hai, yo-ku-ga-man-de-ki-mashita. Ha 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 ha. Bag Joajaiutesho站, Kan Na-ni- shortcut talk stage. Magic my Lion- Adam Johnson. Какой ли publishes landing- Eskander contains a lot of înde Goods delekate sinned. Well, we'll be able to募集 the game ... Ich bin schon fast in den ganzen Tag, im johlen. Du hast es nun gelesen, wenn mir gut, was es gut. Ich kann mich nicht auf das so ernst nehmen. Das ist ja nur ein Geist-Holos. Geist-Holos ist zu tun, wenn du nicht mehr Geist-Holos hast du. Geist-Holos ist es für einen Geist-Holos-Holos-Holos, und es ist wirklich ein Geist-Holos. Man hat sich viel zu tun, wie sich die Schmerzen in den Augen geist-Holos-Holos ist. Du hast diesen Geist-Holos-Holos-Holos-Holos, und du wirst du nicht vergessen. Geist-Holos! Oh, kammarikka. Nandja, koha gali jä no? Kuhu na koto datta kara, odoろita dake da. Fuhu, soo yuuu koto ni si te oko kou ka no. Sohra soo to, zuivun ame mo tsukou kou na te oru. Kono koha wa daijoubu jä no na. Kachira mo ohaari mo shikkari jä l. Mettä na kotoでは kuzure naidaro. Nuhu si ga kane mouke no hana si ni kubi otsukomu toki to, Omae na. Kendo, kuhu, pahami tohai, Kona litpana tatemono ga phouache sa ketaile te ilu no wa moittai na. Kona yia ba, nuji no yume wa miase ofullotu jatta na. Kona o, koko o mise ni sta la dou jä? Koko? Koko jaa, ko ko den onbili tabiki temo aite ni akinae o sereba yoi. Kona bato de na ni o ulu nda yu? Hmm… Das ist ein Wasser. Dann habe ich es einen Pfeil mit einem Pfeil zu tun. Wenn ich es in der Pfeil von Pfeil mit einem Pfeil mit einem Pfeil zu machen, ist es auch ein Pfeil zu machen. Pfeil? Hier? Das ist gut. Das Pfeil mit einem Pfeil zu machen ist, das Pfeil zu machen. Ich kann mich nicht mehr so schnell verletzen. Und wer hat das Pfeil mit einem Pfeil zu machen? Entschuldigung? Wuhu! Die kawaii wachschi-gmse-ban-o-seru-n-ja! Tawけta htno-os-domo-na-do, ichikoro-ja-ro! Kawaii-unn-n-wa-to-mo-kaku. Omae-n-ni-mse-ban-n-ka-de-ki-r-no-ka? Maったく, nusi-wa-kore-ja-ka-ra… Ma! Shka-ta-arilis! Hakabun-wa-i-kien-nish-ka-zu-ja! Ah, hum! Eeee! Mueu-mueuu! Mueu-mueuu! Mueu-gam-wa-n? Mueu- rearrangeus-pa-kan-ba-ra… Mueu-gam-a-t-oke-un. Mueu-gam- webu-gam-an-ba-ea-barb-än-ay-hs! female-plu-gam-wa-pa-n-ba-an- joka-wag groupe-an-ba- lawn-b internationally. Mi-wgam-wa-pa-n-battle-bo Iki-na-r-da… Eriba-mi-ga-wa-sa… Ehem… Eriba- gidipo-광-a-ba-ciu-dwa! Ich bin jetzt hier noch ein paar Pänen. Dann muss ich das auch. Ja, die Pänen sind sehr gut. Ja, das ist ein Pänen-Pänen. Ich bin dann wiederkommen. Wie ist denn, Pänen? Wenn ich jetzt hier arbeiten, Das war's für heute, aber ich habe meine Frau, dass ich meine Frau und ich habe noch nicht geholfen. Ich habe noch nicht geholfen, aber... Ich glaube, dass ich zwei Paaren habe, wenn ich das Paaren habe, würde ich sagen. Also... Ich habe jetzt nur einen Traurigen, aber ich habe noch nicht geholfen, wenn ich das Paaren habe, dann wird das Paaren. Ja, das ist ein Zeug. Tauke! Was ist das? Der wird sich so dumm worried. Deine Das ist nicht so, dass du hierher so viel zu tun hast. Also, du hast du das, was du zu lernen? Das ist auch nicht so, dass du das Produkt, dass du all die Kosten für die Kosten und die Kosten für die Kosten für die Kosten für die Kosten. Das ist doch so, wenn du nicht so, was das? Natürlich! Du bist so, wenn du nicht so, was du? Das ist so, dass du nicht so, was du. ... ... ... ... ... ... ... 確かに主の言う通り相場とやらはきちんと把握しなければならぬ ようやくお前もわかってくれたが 秋内は単に売ったり買ったりするだけじゃない相場というものがあるからな うん主らが天秤を持ち歩く理由もわかりんす じゃがワッツが相場を把握してしまったら主は困らぬかよ は? Bezに困らない むしろ o前が 自分の無駄遣いが実はどれだけ贅沢なことかを 把握してくれたら 俺は助かるというものだ うーん そうかよ じゃが わっちがわっち自身の相場を把握したとき 果たして主は わっちと釣り合うオスでいられるかな あ? は? わっちゃホロ 健労ホロじゃ Der ist das Wettbewerblich, also hat diese Kaukai-sat, wie sie diese Kaukai-sat war ein류 von einem Tausen. Der ist also ein paar Wettbewerbs, wo er der Wettbewerblich, Er war die Wettbewerbs und Wettbewerbs-wettbewerbs-wettbewerbs-wettbewerbs-wettbewerbs. Das ist das, wenn man hier wiederholt wie ein Wettbewerbs-wettbewerbs-wettbewerbs-wettbewerbs-wettbewerbs. Warum? Ja, ich habe das jetzt aus, dass du mit einem Wettbewerbs-wettbewerbs-wettbewerbs. Nöhe kich nohschoninja toしたら この wach nohachinja ni kizukenu hazu mohai kara noo はいはい omae to išho ni tabi gaできte ore wa shiiawase mono des jo soo ieva いつ no manika ame nohato ga kieke hontodo soto mohakaruk naってる na toori ame dattta no ka wachaa こんなところ de nojuku wa iya jah saasato tugi nohachinjite Hör auf dem Pant und Kurs. Ich habe einen Bruch geschen. Wenn ich jetzt die Zeit, we're going. Ich habe einen Bruch und Bruch geschenkt. Ich habe keine Sachen. Du hast mit dem Sprache gesprochen. Du hast die Sachen gemacht. Du bist so gut. 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 Es ist wirklich das Wichtigste. Ich weiß nicht, was ich auch? Ich weiß nicht, was ich auch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Sie ließ, sie ließ in the silence She grabbed my hand, asked me what I think about The house lies deep in the woods The house lies deep in the woods Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020